Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archie Gaming, Flo von am Start. Heute gibt es neuen SPC-Content, es ist kurz nach 19 Uhr. Wir haben Samstag und richtig, richtig nicen Content. Wir haben Man of the Match in PAX, einige, sehr, sehr viele, die gucken wir uns gleich bei Footprint genauer an. Wir haben eine richtig nice SPC und zwar die Foot Fantasy Hero Sami Al-Jaber SPC und das Geile ist schon mal direkt vorweg, 82 Tage ist die am Start. Wir haben außerdem eine Puzzle SPC, gleich noch ein Player Pick, den ich vorbereitet habe und ja, bevor wir reich starten, natürlich in den Content uns gemeinsam alles anschauen. Hoffe ich erstmal vorweg, dass es euch sehr, sehr gut geht. Ich hoffe, alles in Ordnung bei euch. Lasst sehr, sehr gerne Liebe da. Falls ihr komplett neu sein solltet, ihr könnt mich eigentlich täglich haben und mich unterstützen mit einem Daumen nach oben. Dankeschön für euren Support und falls ihr neu sein solltet, könnt ihr gerne auch kostenlos ein Abo dalassen auf dem Weg Richtung 100.000 Abonnenten. Langsam aber sicher geht es in die Richtung. Dankeschön für euren Support. Egal auch immer, wie ihr da aussieht. Gerne auch reinschreiben in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir rein in den Samstagabend und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt daraus machen. Also, lasst mich gerade eure Meinung wissen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr hyped. Ja, fangen wir direkt mit Sami Al-Jaber einem an, würde ich sagen. Da heißt es, holet ihr Fantasy Foot, hält Sami Al-Jaber und ich kotze, ich habe es eben gesehen, 82 Tage. Was ist da denn bitte los? EA absolut im Gönner-Modus. Wir gucken uns ihn mal an. Wie sieht er aus? Er bringt Forster Forster mit. Sehr, sehr nice. Kann man sehr gut mitarbeiten. Hochmittel-Arbeitsraten, damit kann er auch sehr gut arbeiten. 1,77 Körpergröße bringt der Gute mal mit. Und natürlich, ja, ich weiß, schwierig natürlich in Bezug auf linkbare Möglichkeiten. Saudi-Arabien. Wir haben die Saudi-League. Da denkt man natürlich direkt an CR7, ist klar. Ja, und aber dadurch, dass er für sich selbst natürlich überhaupt keine Schwierigkeit, den zu linken, dadurch, dass er ein Hero eben ist. Und nicht vergessen, es sind Live-Karten. Also, die kann geupgradet werden bis zu einer 91er-gradeten Karte. Dazu gleich nochmal kurz mehr. Aber Al-Jaber auf jeden Fall am Start. Ja, und wie sieht er aus? Er bringt ordentlich Tempo mit. Er hat einen richtig nice Schuss. Und gut, passen jetzt eher nicht so. Wichtig, aber eigentlich nicht für den Stürmer. Und dann hat mich am meisten überrascht, was ich hier sehe. 93er-Reaktion und vor allem die 93er-Ruhe. 93er-Ruhe-Stat. Mega. Sehr, sehr nice. Ja, Ausdauer bei 89 und 92er-Kopfball-Präsaison bringt der Gute mal auch noch mit für seine kleine Körpergröße. Und dann sehen wir hier die jeweiligen, ja, Games. Al-Hilal, 308 Einsätze. Ich denke mal, Al-Hilal auch da hinten noch. Ich denke, darum wird es gehen, um Al-Hilal, ja, wie die sich quasi, wie die quasi performen, ja. Und dann haben wir, wie gesagt, Wolves und, was war es? Garafa SC. Ein Game, ein Einsatz. Auch interessant. Auf jeden Fall, Power-Freischung bringt er auch noch mit. Und dafür ist er hier auf jeden Fall am Start. Und ein Segment. Die Frage ist, was ist es, das Segment? Und es ist ein, oh, das war saftig, dann doch doch am Ende des Tages. Zwei 88er-Geratete wollen die von uns oder höher. Ein 86er-Geratete-Team und eben elf Spieler. Außerdem ein Team, auch Tuiq, auch noch mit dabei. Aber, und das ist das große Aber, dadurch, dass er 82 Tage verfügbar ist, ist das eine SPC, die eigentlich 0,0% schwierig ist. Und in Bezug auf die Geschichte, dass es auch noch eine Live-Karte ist, ich muss es so sagen, Freunde, ist es für mich eine SPC, die absolut ein Muss ist. Ganz ehrlich, die kriegt jeder hin. In 82 Tagen kriegt die auf jeden Fall jeder, 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 jeder hin. Nur ein Segment, Easy Game, finde ich mega nice. Gucken wir gleich das Upgrade uns auf jeden Fall auch nochmal bei Footbin genauer an. Außerdem für einen an sich sonst immer Lame-In-Samstag, heute sehr, sehr aktiv, auf jeden Fall haben wir noch eine Puzzle-SPC, ein Jumbo-Prium-Goldback am Start. Zwei Tage ist die da. Nimmt es sehr, sehr gerne mit, denn wir müssen auch nur relativ wenig abgeben. Und zwar ist es jetzt hier ein 75er-Gerateten-Squad, maximal fünf aus einem Verein, mindestens zwei aus der selben Liga, maximal fünf Länder und mindestens ein Erstbesitzer. 23 Teamschmier, wir haben jetzt hier 27 erreicht. Hauptsächlich bin ich mit der Spanischen Liga gegangen. Ja, und wie gesagt, nutzt einfach eure Goldkarten, die ihr am Start habt. Das ist sehr, sehr simpel, das ist sehr, sehr einfach. Und da holen wir uns das Jumbo-Goldback natürlich sehr, sehr gerne ab. Verliere niemals, heißt die Puzzle-SPC am besten jetzt direkt nebenbei machen, würde ich sagen. Und Jumbo-Prium-Goldback können wir uns da direkt auch eintüten. Also, Sami Al-Jaber, was eine SBC. Ziele haben wir nichts Neues, Meilensteine auch nichts Neues. Das heißt, das können wir uns eigentlich direkt schenken. Aber was wir uns nicht schenken können, Freunde, ist folgendes. Also, zwar hatte ich zwei, 83er als Duplikate eben. Und deshalb bin ich hingegangen, 82er-Squad-Ready gemacht. Und zwar diese Premium-Geschichte, wo wir den Spieler mit in den Zielen mitmachen können. Ich weiß nicht mehr, wie die SBC hieß, wo wir den 82-Plus-Player-Pick bekommen. Und den öffnen wir jetzt, bevor wir dieses Perk öffnen. Und deshalb sehen wir jetzt hier diesen wunderbaren Player-Pick, 82-Plus, drei zur Auswahl und vielleicht ein Man-of-the-Match. Die schauen wir uns dann gleich an, die Man-of-the-Match. Schmerz auf den 3, in 2, in 1. Let's go. Gib uns hier, ey. Gib uns. Am Ende rettet noch. Am Ende rettet noch der Team-of-the-Week. Was ist das für ein Spielerbild? Was will er darstellen? Roberts ist am Start mit 89 Tempo, 86er Team-of-the-Week. Den nehmen wir wunderbar. Er hat 99 Ausdauer, der Kollege. Let's go. Also, den nehmen wir als SBC-Futter mit. Das ist doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Andreas Roberts aus dem Player-Pick für die zwei Duplikate. Radetzky und Zapata waren es. Ja, gute Entscheidung auf jeden Fall gewesen. Jetzt das Puzzle-SBC-Pack. Jumbo-Primo-Gold-Pack. Sieben seltene. Machen wir es auf in 3, in 2, in 1. Und Abfahrt. Da geht das Ganze los. Kommen wir, ey. Immer noch nicht. Immer noch nicht, Freunde. Immer noch nicht. Immer noch keine neue Karte gezogen. Aus der Foot-Fantasy-Promo. Seid ihr eine schon von den Glücklichen gewesen, die neue gezogen haben? Weekost am Start. Der hat auch seine SBC noch. Und dann haben wir das. Da kümmere ich mich später drum, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zu den Man of the Matches. Denn ich habe gesehen, da sind einige am Start. Und was hat sich ihr dabei gedacht? Geisteskrank. Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, wo fangen wir bitte an? Freunde, wo fangen wir an? Also, wir gehen mal durch. Ocampos haben wir am Start. Kasimiro. Wir haben Fred. Wir haben Würz. Wir haben Jovic. Die Maria. Lozano. Adeyemi. Wir haben Pedro Dybala. Salomon. Oder Solomon. Jovanovic. Äh, ja, Jovanovic. So müssen wir es mal sagen. Und dann auch die ganzen. Und ihr seht hier schon einen Stern über Holohan. Und einen Stern bei Jovic. Ich denke, das sind so Featured. Featured Man of the Matches. Ich habe gerade nochmal geschaut. EA hat nichts gepostet diesbezüglich. Zumindest nicht bei Twitter und Co. Ich weiß nicht, ob es woanders auch gepostet worden ist. Aber ich habe auf jeden Fall nichts gesehen, wieso, weshalb, warum die rausgekommen sind. Aber wir nehmen es einfach mal so mit. Bevor wir uns aber jetzt die Man of the Match Karten mal anschauen. Erstmal finde ich es natürlich ein Big Win, dass wir einfach mehrere Special Karten jetzt in Packs haben, die wir erzielen können. Wir haben die Full Fantasy Probo Karten in Packs. Wir haben so auch die Full Fantasy Heroes in Packs. Team 1. Ja, Team 2 kommt ja dann noch danach. Und jetzt eben auch die Man of the Match Karten. Und das sollten wir, glaube ich, insgesamt einfach mal als Win sehen. Dass wir einfach noch mehr Special Karten in Packs haben. Kann uns nur zugutekommen. Egal, welche Packs wir öffnen, einfach mehr Special Karten zu haben. Das ist sehr, sehr nice. Also, Puzzle SPC macht sie auf jeden Fall. Und auch hier 133.000, jetzt kurz nach 19 Uhr, sagt Footbin. 77% Daumen hoch, gehe ich mal mit. Ja, und den gucken wir uns natürlich ja auf jeden Fall an. Also, den müssen wir uns natürlich anschauen. Das ist ja logisch. Also, Al Jaber, die SPC. Da sehen wir es wunderbar. Und Forster, Forster. Und ich meine, also wir haben natürlich, wir können mal Step für Step durchgehen. Also, hier hatten wir drei Sterne, drei Sterne. Ich weiß gar nicht mehr, was war auf der drauf. 4, 3? Ja, 4, 3. Tatsächlich. Also, schwacher Fuß und Fähigkeiten auf 3. Hier, 4 schwacher Fuß. Also, da haben wir schon mal den ersten Win. Erstmal auf 4 Sterne, 4 Sterne Upgrade. Schon mal sehr, sehr cool und sehr, sehr nice. So, und sonst gehen wir mal jetzt. Ja, komm, wir bleiben bei der 87er von der 89er drauf. Sehen wir ein nettes Upgrade. Also, wir sehen hier. Ihr seht es, glaube ich, so ein bisschen besser. Zwei Pace, zwei Schuss. Zwei passen, drei Dribbling. Und dann haben wir zwei Def. Und wir haben die Physis Plus 3. Plus 4 Ausdauer. Und wie gesagt, es ist eine Live-Karte. Und da muss man wirklich sagen, also GG an EA. An dieser Stelle muss ich wirklich einfach sagen, EA. Positiv überrascht. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und bin ich wirklich sehr, sehr, sehr positiv von überrascht. Sehr, sehr geil. Und außerdem jetzt eben dann die Man of the Matches. Ja, da wird es ein bisschen tricky. Bei Ocampus sieht es jetzt erstmal wie folgt aus. Also, was denken wir über die Karte? Sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben 85er Pace, 86er Schuss, 82er Passen, 86er Dribbling und 87er Physis. Kostet natürlich schon 12.000 Münzen. Wir müssen über Alternativen nachdenken, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Kein linker Flügel, rechter Flügel und LM. Vier Stellen, drei Stellen ist natürlich nicht das Beste. Composer bei 85. Ausdauer ist relativ hoch. Ja, das war es aber dann am Ende des Tages auch schon. Dann bei Casimiro. Das große, große Problem, dass er natürlich kein Pace hat. Jetzt bin ich sehr gespannt, was sonst das Upgrade dann sagt. Okay, plus drei, plus drei auf Physis und Dev. Ja, 167.000. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Also, die war bei 285. Die Informs sind ja auch nicht Pacey unterwegs. Und der Pacey ist quasi bei 76. Auch komische Tempo-Aufteilung. Ja. Also, wir sehen jetzt mal hier im Vergleich. Der große, große Unterschied. Das nimmt sich sonst nichts bis aufs Tempo, ne? Im Endeffekt. Dann nimmt man doch lieber dann die Park-Coins auf jeden Fall mit, oder? Für die 91er. Ist meine Meinung. 25k Fred. Das ist natürlich auch das Problem. Er hat natürlich schon bessere Karten. 25.000 Fred. Allrounder. 93 GG. 93 Balance. Alles sehr, sehr nice. Aber ich glaube, Ausdauer bei 99 ist quasi, ja, der, der, das Plus. Ja, seien wir ehrlich, Freunde. Ich glaube, wenn wir sowas ziehen würden, wir würden es alle verkaufen. Ist einfach so. Dann haben wir, ist einfach nur ein nettes, 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 was, ja, ist einfach nett mitzunehmen, dass die eben, wie gesagt, den Packs sind. Forster, Forster wird es zum Start. Z-O-M-Z-M. Auch hier brauche ich, glaube ich, gar nichts sagen. Wir haben die 87er-Graded-Karte. Schwierig dann immer, ne? So. Jovic aber relativ nice. Der hat, wie gesagt, den Feature... Oh, wait. Hatte der schon vorher? Habe ich schon wieder ganz vergessen? Der hatte schon... Der hat 5-Sterne-Schwacher-Fuß. Ja gut. Damit kann man natürlich dann arbeiten. Damit kann man sogar dann sehr gut arbeiten. Sehr gute Auswahl hier als Featured. Also doppeltes Upgrade quasi. Man of the Match, Jovic. Den kann man mal testen für die Münzen. Just for one. So ein Fun-Squad. Dann haben wir die Maria am Start. Auch schon bessere Karten. Karte besser gesagt. Die Wants-to-Watch-Karte natürlich jetzt angepasst an den Man of the Match. Ja, für die, die nicht Bescheid wissen. Da ist auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, der Boost am Start. Das war, glaube ich, damals ja die SBC. Genau. 32.000 Münzen hat sie gekostet. Habt ihr sie gemacht oder nicht? Auf jeden Fall eher jetzt hier mit dem Upgrade. Falls ihr also noch nicht die 90er geratete Karte haben solltet. So. Dann haben wir Lozauno am Start. Passend zu der 87er gerateten Karte. Oh, die sind... Oh. Ich wollte es gerade sagen, passt. Aber die sind ja fast wirklich identisch. Unterschied nur vom Death und Schuss. Das kann nicht sein. Ernsthaft? All right. Ja, mehr gibt es dann dazu auch nicht zu sagen. Dann haben wir Adi Yemi. Der hat natürlich schon seine 90er geratete Karte. Insofern wird das auf jeden Fall schwierig. 23k. 4 Sterne, 3 Sterne. 80er Composure. Da bin ich direkt raus. Dann haben wir hier Petro Gonçalves. 10k. Ja, ich glaube, da brauchen wir uns jetzt gar nicht alle großartig anschauen. Vielleicht nochmal die großen Fische. Paolo Dybala hat aber auch schon hier. Natürlich die Wants2Watch, die er jetzt mitgenommen hat. Ähm, das Update. 88er hat er ja schon vorher. Also das ist ein typisches Inform-Upgrade. Was wir hier im Endeffekt sehen. Falls ihr also die Live-Karte haben solltet, dann GG. Einmal dazu. Dann haben wir Solomon. Premier League, Full-End, Forster, Forster. Ja, 14k. Dann haben wir 12k Juranovic. 2 Sterne, 4 Sterne. Kann links wie rechts verteidiger spielen. Hat ordentlich Pace. Hat ordentlich Pace. Sehr, sehr ordentlich Pace. Und auch ein nettes Upgrade logischerweise. Wenn er 575 schon hochkommt, dann auch richtig. Dann haben wir Desserts. Auch 75er-Grade-Karte. 3 Sterne, 4 Sterne. Auch ein ordentliches Upgrade. Fehlt Agility und Balance ein bisschen. Aber sonst auch für den Preis kann man absolut nichts sagen. Dann haben wir ein Torwart. Turbin. Brauchen wir uns nicht großartig anschauen. Da gerne nochmal das Problem. Direction, 65er. Dann haben wir auch eine Silber-Karte. Auch ein massiver Boost. Championship 2. Und dann haben wir Smodic. Pace haben wir am Start. Englische Championship. 3 Sterne, 4 Sterne. 99, Giltium. 99, oh mein Gott. Auf Balance. Und 99 Ausdauer. Was ist mit ihm denn los? Was hat er denn gegessen? Hä? Das will ich auch. Freunde? Bitte, was ist denn hier los? 17 Ausdauer. Er kriegt einfach 17 Ausdauer. Geil. Das ist echt geil. Das ist nice gemacht von EA. Und dann haben wir noch Holo... HoloHan? HoloHan? Den können wir in Brosse-Packs ziehen. GG. Freunde, wir können einen 83er-Gerateten Featured. Man of the Match in Bronze-Packs ziehen. Wie geil ist das denn bitte? Ach, Freunde. Heute wirklich der Samstag, muss ich wirklich sagen. Ein bigger, bigger Win, den ich bis jetzt noch nie von EA gesehen habe. Unfassbar gut. Unfassbar nicer Content für einen Samstag, der sonst immer relativ lame um die Ecke kommt. Geile Main-of-the-Match-Karten. Wir haben die geile SPC. Also da gibt es wirklich gar nichts. Absolut null von meiner Seite aus zu meckern. Was ist eure Meinung zum heutigen Content? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, geht in das Video von gestern. Geht eine halbe Stunde. Zieht euch das rein. Da gucken wir uns einiges an. In Bezug auf Foot Fantasy oder Fantasy Foot Promo. Lasst auch da gerne Liebe da. Dankeschön, dass ihr da seid. Und wir sehen uns dann morgen zum neuen SPC-Content wieder. Also bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.